Wir sind die ersten Damen des Hockeyclubs Argo 04 in Charlottenburg, in Berlin. Wir sind ein ganz kleiner und familiärer Verein. Viele von uns sind in dem Verein aufgewachsen, jeder kennt fast jeden. Wir sind viele junge Leute, die jetzt hochgekommen sind, ältere, die schon ganz lange mit dabei sind. Wir kommen aus ganz verschiedenen Ländern, wir versprechen verschiedene Sprachen. In der Hallensaison sind wir von der Oberliga in die Regionalliga aufgestiegen mit den ersten Damen. Das ist zum ersten Mal, dass eine Damenmannschaft in unserer Vereinsgeschichte aufgestiegen ist in die Regionalliga. Und auch in der Feldsaison haben wir uns sehr gut geschlagen. Da sind wir momentan Herbstmeisterinnen in der ersten Verbandsliga. Wir haben viel Spaß auf dem Hockeyplatz. Wir haben aber auch viel Spaß neben dem Hockeyplatz. Wir gehen durch dick und dünn und sind immer gut gelaunt. Für uns sollte abgestimmt werden, weil wir aus einem ganz kleinen Verein kommen. Das ist ein reiner Hockeyverein. Wir versuchen die Beiträge so gering wie möglich zu halten, dass alle bei uns mitmachen können. Und deshalb brauchen wir Unterstützung, um uns in der Regionalliga halten zu können. ora Dann 00 01 00 50 00 00 00